Battle Royale Gas nähert sich deiner Position. Bewegt deinen Hintern. Wiedersehen. Daaa. Schon los. Warte, was man kippt? Nee. Okay. Nee. Hier, die Lupe. Kommt das jemand? Kommt das jemand? Ich geh in die... Vorratskiste identifizieren. Position wird markiert. Ziele sind markiert. An die Arbeit. Angriffsfreigabe für alle Ziele. Ziele ist Ziel entdeckt. Weiter zum nächsten Standort. Das ist die Lupe, ne? Mach hier dann. Ja. 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 Ziele hat aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Ja. 7000 haben wir. Gut. Ja. Freilie. Jetzt haben wir noch mehr. Jetzt haben wir 8.2. Schade. Wenn du das noch schaffen würdest, da den Rest zu finden. Machst du komplett durch? Ja. Machen wir dann. Hier ist der Einkaufswach. Der Händler ist hier. Deckt euch neu ein. Deckt euch neu ein. Obendrof ist ja. Obendrof. Das ist das. Das ist das. Ich verabschiediere. Ich verabschiede. Okay cool. Dann lass uns zu dem Ding sein. Ich bin im Store hier. Gibt's hier hinter mir? Ja, 40 Meter. Hey, ich bin auf dem Weg dahin! Hast du das Cape gefunden? Ja. Was denk? Ja, hast du nicht. Hier. Da. Ja, das war auch nicht markiert. Ich hab den Cape daneben markiert. Komisch aber hier. Soll ich Kiste holen, oder? Das Gas kommt! Würde ich sagen, oder? Und Selbstheilung zurück. Hier hinschmeißen? Ja. Wir sind überall in der Tür. Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Feindliche Drohne über uns! Ja. Hast du selbst einen Gold? Ja. Sehr gut. Wir verlieren Boden! Na los! Okay. Mal weiter! Mhm. Aber ich könnte mir dein Bus dein Geld, könnte mir das Geld keine nehmen, aber können wir auch beim nächsten Mal. Okay. Okay. Da war überall noch keiner hin Na, ist doch relativ weit ab vom Schuss, ne? Ein bisschen Gas geben müssen wir, dürfen nicht zu lange Hier war einer drin Mist, jetzt haben wir aber schon eine Gasmasse für unsere Entscheidung für mich Es gibt sogar hier eine Menge Raketen, sehe ich gerade, ich hab schon fünf Stück Weißt du? Ich hab auch sechs, also voll, ja Hier drin kann man einmal Munition erfüllen, dann hab ich auch voll Wie viele Platt nicht schon gesehen hab, ey Ist da oben im weiten Stor? Boah, hinter mir Fuck! Na, ist so, im Wald Ich lebe mich selber wieder, ja Ja, ja, ja Da ist er hin, komm, pushen Ich werde hier beschossen! Da hab ich auch gesehen Da wird in die Mauer gesprungen, ne? Mhm Von daher muss der Ander mich jetzt zum Neuen Ich bin down, ich hab noch keine Selbstheilung Ja Feindlicher Präzisionsluftschlag In Deckung Alles klar, du schaffst das Weißt du, das Ding trifft nie Ja, wenn man sich bewegt, dann trifft er ja Das ist der Gula Überlebe und erneut gleich 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 ist der Gula Ich hab schon so oft gehabt, dass ich mir den Scheißer mal stehengegeben bin Du bist ganz nach Sport Hör zu, Soldat Wenn du hier gewinnst, gehst du wieder an die Front Aber wenn du verlierst, gehst du's auf Du bist ganz Soldat Du bist ganz mal ein richtigen Kalk, diesen Bisskerl oder Hammerhempel Mach dich bereit Ich läuft jetzt wieder zu dir, ich bin bei dir im Spawn Komm zu dir jetzt Was, ey! Schlecht, ey! Nur noch du bist von deinem Wenn du diesen Kalk gelöst, lass dich doch freikaufen Wenn du genug Geld hast, war's das für dich Du bist ganz Soldat Zeig dir den Kerl, wo der Hammerhempel Ah, zum Glück haben wir ja dich Das war ja lucky, ey Vorräte markiert Vorräte markiert Ey, jetzt wird's nicht so besser landen Na, warte, bis du auskommst Komm, kommt doch gleich Ist da wieder hin? Ja So, jetzt geht's los mit Wäsche zusammenlegen Juhu Geil Ich hab' ich sie alle sortiert Und zur Freude hab' ich mir gleich wieder eine neue reingemacht Ist das nicht geil? Weil's so viel Spaß macht Bei so einer Passion Kann ich ja auch gar nicht machen Bei so einer Passion Dann mach uns die Lupe zu Ende Ist denn hier ein Shop? Das ist denn hier ein Shop Was haben wir für's dir? Ich hab' ich noch kurz zu Ende, weil ich springe einmal Da ist eine Versorgungsstation Das reicht auch, wenn du mich kurz verschluss wiederholst und wir dann gewinnen Doch, okay Lächstes Ziel entdeckt Das ist ja nicht so wahrscheinlich, dass ich das hier noch lange überlebe Klar, du bist der Christoph Der Christoph Gibt ja viele Christophs, aber ich bin der Der Christoph Gibt ja viele Kohle, die jemanden hat doch Wahnsinn Der letzte Spiel entdeckt War da noch ein Platzbuch, der hat jetzt? Ja, war das der, den du gekriegt hast? Hm? Achso, ne, du hast schon einen Platzbuch, ne? Ja Cool, dann kann ich den über der letzten Kiste gleich nehmen Ist da der Einkaufswahn? Der ist direkt vor dir, ne? Läuft doch Das wird ein Sieg, Christoph, ich spüre dich. Schauen wir mal. Ich hab Bescheid, wenn du mich kaufst, ne? Hab ich. Halt, ob du das nicht hörst, ne? Da erschlägt man sich immer bei diesem Sound, wenn man auf ein Handy damit reinkommt. Super, tschuuu. Noch, noch. Und Wally, ich kann mir gleich selbst eine Gasmaske kaufen. Du dir auch. Da kommt eine Krone von hinten. Munitionskiste wär aber auch gut, ne? Das blank bei dir sogar noch hier, wenn du keine Gasmaske geholt. Wally hat mich halt nicht geholt. Munitionskiste, soll ich die droppen? Ne, noch nicht. Ich muss erst mal eine Ausrüstung holen. Das ist zu schwierig zu sehen, sonst hätte ich das gemacht. Achtung! Du wirst von einem Feind verfolgt! Team verfolgt! Hier sind Steps bei mir. Das warst du. Steps kannst du hier brauchen. Ich hab hier Munition! Wir sind aber gut drin, ne? Auf der Tankstelle kann man das Dach gut verteidigen, weil da gibt's nur diese eine Leiter, wenn man sich da ein bisschen zurückhält. Weißt du? Wo meinst du, bei den riesen Vögel da? Ja, ja, das... also ich hab da schon oft drauf geerkannt, weil die Zone öfter endet öfters hier. Kann man sich hier nochmal eine Zone aufladen? Ja, ne, das ist super. Ein Trophy-Kit hier? Guck mal, perfekt. Kann ich sogar, wenn die denn mit Granaten kommen, kann ich ja einen Trophy-Kit schmeißen. Wenn man sich hier jetzt erstmal hinlegt und ein bisschen raushält, kannst du eigentlich von nirgendswo geholt werden, außer vom Prisoner. Hast du Minen? Ja, zwei Stück, ja. Ich glaub keiner. Ich hab keine. Das Gas verbreitet sich! Schnell in die neue Sicherheitszone! Ja, aber das ist jetzt auf jeden Fall Sniper-Party von Prisoner, ne? Ja, aber soweit kommen die nicht. Und soweit, hier guckt keiner her. Die müssen ja über den Rand gucken. Weißt du? Und auch hier auf den ganzen Gebirgen. Das ist schon ein bisschen, deswegen kann man sich dann nachher hier... Aber du kannst auch unten reingehen oder so. Aber ich... Nö, nö. Kommt man hier aufs richtige Dach rauf? Ja. Katsache. Alles dann! Cool. Cool. Also wir sind hier voll drin. In der nächsten Zone wird kurz nur noch ein bisschen drin sein, sag ich mal, diese Ecke hier. Ich geh hier lang. Ich bin unterwegs. Vermutlich. Und wir werden voll mittig sein. Wir müssen halt nur gucken wo... Ich guck hier hin so ein bisschen. Ich geh hier lang. Ich geh hier lang. Mhm. Ich geh hier hin. Das ist doch... Das war langweilig der Zone, ne? Aber nur zu uns. Win is win. Na 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 na. Unser Team ist in der Sicherheitszone. Du könntest dir eine Gasmaske holen, wenn du willst, dir. Oh. Wie ist das? Wollen wir den jetzt komplett durch? Wo haben wir denn das Geld ab? Na ja. Ist das Geld auf uns? Boah, keine Ahnung. Haben wir die Ausrüstung geholt? Hey, ich bin hier unterwegs. Da fliegt sie. Ne, da kommt einer runter gerade hier. Ich sieh einen! Nein! Den hast du? Krank. Einfach mal krank. Krieg und vierfaches hier. Ich bin mit der Krieg nicht so richtig glücklich, ne? Also ich hab's ja so gebaut, wie sie alle spielen irgendwie, aber mir stottert die zu viel. Weibliche Drohne über uns! Hast du was gesehen? Nö, ich hab geguckt, wer gerückt los. Na, sie startet schon, aber sie ist halt im Wesen. Also ich hab's letztens gerade wieder getestet. Ich wollte nämlich eigentlich die Krieg nehmen. Wurden gesnipert vom Präsen. Geh mal weg da! Auf dem einen Turm. Ich hab mich fast getroffen, bis ich schläge ein. Ah, okay. Ja, okay. Und was wolltest du sagen? Ähm, ähm, ja, ich hab's letztens in meinem Test jetzt, einen mit der Krieg ungefähr von derselben Position geholt, wie mit der Kilo auch, die ich hinterher genommen hab, mit voll geladen. Und da hab ich's gemerkt, dass die Kilos einfach, die brauchen viel zu viele Kugeln, um jemanden zu töten. Mh, mindestens zwei, drei Kugeln mehr als sonst. Das ist die Kugel. Beziehungsweise, die klingt halt. Klar geht vielleicht mal einer mehr daneben, weil die so stottert. Aber ist trotzdem sehr effektiv. Aber der immer noch? Ah, aber der ist ja sehr blind. Wir können sonst erstmal einen Augenblick reingehen, damit der nicht so süß und uns aus dem Auge verliert. Weißt du? Na, da muss der ecklich moving. Ja, eben. Aber dann guckt er noch weiter raus. Und wenn er uns versucht, stellen wir uns nicht so gut. Wir sind schon drin. Er muss jetzt raus. Aber jetzt geht der Gantit auf den Berg hier irgendwo oben und dann versucht er uns nochmal zu retten. Mh. So, dann machen wir jetzt Zeit. Oh, Steps. Geht zum Store. Ja, die noch kaufen können. Ah! 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 um das Gas weiter sich aus sicherheitszonen verlegen viele hier oben drauf gehen das ist ja dieser höchste Turm wo du über die Leiter hochkommst das wird hier bleiben Ausrüstungslieferung ist unterwegs und wenn der vom Gewürger runterspringt und wenn man über die Strafe zu laufen kann wir theoretisch abcampen wenn der das macht hier ist einer gelandet gerade er ist aber gestorben wir haben jetzt ein LKW gerade vor uns aber ich würde nicht schießen wir verraten unsere Position hier sind auch zwei Kisten können wir auch noch mal so ein Auge drauf haben nein ich gucke ob die Kisten sind ja meistens fehlen oh da kam ein Sniper ich bin recht ich bin recht ich hab dich das Gas breitet dich aus schau dass die Wände hier so flach sind ja aber wenn du die Hände greifen die sich nicht unser Team ist in der Sicherheitszone das war ich das war ich mhm ich will auch mal gucken ob er noch klappen und inhalb der Sack erinnert mich daran dass ich wenn ich nachher hochgehe dass ich meine Stolperminen erinnere die werden immer noch gesnipert um um nach zwölf zehn sieben Teams heißt zwei einzelne wahrscheinlich ne doch sicher oder weiß man nicht ne doch sieben Teams muss ja denn sind fünf ganze Teams sind zehn und zwei einzelne sind zwölf sonst wird's ja nicht hinkommen stimmt wenn drei einzelne wären dann wären's neun und das geht ja nicht das Gas verbreite ich euch schnell in die neue Sicherheitszone ja dachte ich ja es wird auch immer schwieriger für die weil die ja hier nicht hochkommen haben wir das Schocken oder? ne das ist kaputt ne? achso jetzt haben wir's hält das ewig oder geht das immer kaputt? das hält auf jeden Fall bis zum Schluss jetzt deswegen hab ich extra noch gewartet aber das soll wir halten also wenn du es drauf schießt dann geht's natürlich kaputt naja klar hinter uns? hinter uns irgendwo hier ist ein leichtes Fahrzeug entdeckt das Gas kommt hier links kommen Steps unser Team ist in der Sicherheitszone hey ich bin auf dem Weg dahin Zellschlag nicht zu sehen aber ist egal der kommt nicht hoch also wir müssen hier nicht ich kann die Karte machen kann nichts hochwerfen und die kommen hier auch nicht hoch durch die Leiter nicht dass wir jetzt noch gestunpert werden weißt du? hm ich kann Granaten schmeißen weißt du wo er exakt ist? ja da war er hinter dem Zaun aber jetzt nicht mehr also da ist er eben hingelaufen ach so mach's lieber nicht weil wir ein bisschen alle dass wir hier oben drauf sind das Gas weitert sich aus sicherheitszone verlegt das heißt es werden nachher welche im Haus bleiben ja und wir können aufs Tankstellen dach und dann dann müssen die rauskommen wenn die Zone moved ja und die haben Gas machen und also auf dem Herstall sehe ich aber keinen mehr also alle haben einen Geist feindlicher Clusterschlag im Anflug Entdeckung also vorne laufen welche da tut sich was da tut sich was also jetzt können wir fliegen Da tut sich was! Wenn du dir einen holen kannst, den holen einen. Mhm. Na mal gucken, wo's gleich hingeht. Bitte hinter uns, ey. Oh, geil, die müssen hier hin. Wir haben mit. Das ist der Tod hier. Wir sollen bloß nicht aufgeben. Hier rechts ist einer. Unter uns. Der wird schon weg. Hinter. Erwischt. Hier unten ist er mir. Unter uns ist er. Das Gas verbreitet sich. Neue, 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 neue. Das Gas kommt. Verlieren Sie uns. Na los. Ach. 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 Wir sind sogar beide am Leben am Ende doch. Ja. Und mit Ansage gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Aufnahme speichern kann, doch ich hab das gerade ja eingestellt, glaube ich. Gut, du darfst ja sagen, wie das geht. Ja, kann ich dir das zeigen. Frank und Matze, ihr wart mit dabei, ihr wart die Tankstelle. Säule 1 und Säule 2. 1. Wie viel mehr. Ja, Leute, leckst du das. Ich hab damit gefeiert. Boah, so noch auf den Weggehungen am Ende. So, erst mal verlassen. Das verständlich.